Hallo und damit wieder herzlich willkommen bei Let's Play Minecraft. Ja, wir sind hier in unserer schönen, gemütlichen Hütte mit immerhin einem Bett und ein paar Fackeln. Yay. Ich hoffe, uns greift hier nichts an. Da ist noch ein bisschen Dusse in der Ecke gewesen. Ja. Dieses Haus ist so asymmetrisch. Das macht seinen Charme aus. Das ist einfach mal so ziemlich... Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ich wollte jetzt irgendwas Integrientes sagen, was so nach dem Motto philosophisch und links und rechts und aber nee. Hast du jetzt A gesagt? Ja, hat kurz gekratzt. Ich bin mit der Hand reingekommen. Ich erinnere mich daran, dass ich das getan habe. Ich weiß nur nicht mehr, warum ich es getan habe. Ich habe Karotten in den Ofen gepackt. Warum habe ich dich jetzt gehofft? Just Harm Touch. Warum habe ich Karotten im Ofen suchen? Harm Touch ist irgendwie... Ja, okay. Karotten im Ofen. Was soll daraus werden? Gebackene Karotten? Äh, Möhre am Stiel. Moment. Ich kriege sie gerne zusammen in die Möhre am Stiel. Ja, keine Ahnung, vielleicht. Ich weiß ja nie. Kann aus allem etwas werden. Man muss nur gucken. Es muss nur wollen. Ach nee, Quatsch. Bestimmt steht das 30.000 an den Kommentaren. Äh, aus Karotten kann man nichts brennen. Doch. Bleistifte. Bleistifte, okay. Jetzt weiß ich wieder, was gefehlt hat. Diese Schweine sind so beengt da drin, dass sie sich schon gegenseitig aus dem Gitter glitschen. Ja, die stehen halt da drauf. Das ist halt deren natürliche Umgebung. Knackert noch. Ja, ich hab's heute irgendwie... Bei mir fliegt alles gerade durch die Gegend. Machen wir gleich mal zwei. Äh, da hab ich Steine. Vielleicht sollte ich mich auch mal hier durch die Gegend bewegen. Dann sieht das so aus, als ob ich etwas tun würde. Als wärst du anwesend. Nicht, dass du noch gekickt wirst. Äh, äh, äh. Oh mein Gott. Hast du gerade Fackeln am Start? Ja, wo willst du eine hinhaben? So ein bisschen den Gang erleuchten. Vor allen Dingen hab ich gerade eine weggeschlagen aus Versehen. Ich wollt Cobblestone da hinten setzen. Okay. Oh, da kann man hier nämlich schön einmal zubauen. Ich wollt hier eigentlich eine Decke reinzimmern. Oh, das sieht scheiße aus. Boah, ey, immer diese Flucherei hier. Muss das sein? Das sieht schlimm aus. Wie bauen wir das denn jetzt? Bauen wir das hier mit oder ohne Dingens? Ich würd sagen mit. Wasser mein ich. Also ich würd mitmachen. Dass wir hier so ein bisschen die Hühnchen flöttern lassen. Auf dem Wasser. Und dann kriegen wir möglichst viele Eier einfach rausgespült. Keine Spinne. Sie ist aber nichts. Jetzt muss ich mich gerade mal überlegen. Ich würde mir auch für Nerven. Machen wir dort erstmal einen kleinen Eingang. Ist das unter uns? Neben uns? Oder? Du läufst immer mitten durch die Spitzhacke. Eigentlich kann ich dich damit nicht hauen. Armtouch. Ach, wer weiß. Ich könnte wahrscheinlich schon, aber nicht, wenn ich parallel am Abbauen bin. Man lernt so viel durch Let's Plays. Ach ja? Ich glaube, wenn du das sagst. Ich mach sie nur. Ich guck sie nicht. Nein. Aber ich finde, man sollte auch die Arbeit von anderen würdigen. Ja, nö, das stimmt schon. Und wenn sie so gut gemacht ist. Das stimmt schon. Aber ich bin hier immer so... Ich gucke immer nur rein. Ich gucke die nie ganz. Ich hab da eigentlich irgendwie immer keinen Nerv zu. Weil ich mich immer mit irgendwas anderem beschäftige. Und dann verfolge ich nicht wirklich die Folge. Und das ist einfach dann blöd. Das muss ich leider zugestehen. Geht mir momentan... Ich gucke gerne Grong's Forest Let's Play. Und er sagt es ja selber schon, dass er schon sehr viel von den Features ausgenutzt hat. Und vieles sich mittlerweile wiederholt. Deswegen... Ich höre mir noch gerne an, was er dabei erzählt. Und ähm... Warum bin ich rausgelaufen? Ich wollte Stein farmen. Ähm... Und gucke mir halt auch gerne mal an, wenn da irgendwas Spannendes passiert. Aber die ganze Zeit aktiv dabei sein... Ah... Demnächst gibt es das Gronkhörspiel. Das wäre echt interessant. Weil er hat viele interessante Themen auch auf Lager. Ich glaube schon, dass das einige Zuhörer hätte. Machen wir gerade zu viel Werbung für andere? Auf unserem Kanal? Was sollen wir denn bitteschön bei uns bewerben? Außer... Hey Leute! Schaut euch unsere Dungeon Defenders Eternity Let's Plays an. Die sind gut. Die sind cool. Ja, die sind richtig Hammer. Hör mal, Leute, guckt die euch an. Müsst ihr gucken. Das klingt jetzt ein bisschen sarkastisch, aber nein. Wer Interesse an Dungeon Defenders hat, beziehungsweise das, was wir eigentlich machen... Ne, das sollte man ja hier nochmal erwähnen. Ja, das war das Grundprojekt, von dem wir rausgehen. Ja, Gronkhlieb von Minecraft. Wir leben von Dungeon Defenders. Äh... Du guckst aus dem Haus raus. Ich weiß, ich baue es gleich zu. Ließ sich gerade mal nicht vermeiden. Okay. Ach, so. Auf jeden Fall, normalerweise machen wir ja Dungeon Defenders. Und jetzt auch mit Dungeon Defenders Eternity ist eben so. Also, unser Dungeon Defenders 1.5. Angefangen mit Dungeon Defenders, jetzt Dungeon Defenders Eternity. Guckt auf jeden Fall euch die auch mal rein, wenn ihr Lust habt. Ich klinge sehr begeistert selber davon. Nein, schaut sie euch an. Es sind auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Viele Neuerungen. Wer das alte Dungeon Defenders kennt, wer es nicht kennt, der hat auf jeden Fall was verpasst. Und als Vorbereitung für Dungeon Def 2, was jetzt auch in absehbarer Zeit kommen soll. Haben wir übrigens auch schon eine Anfrage gekriegt, wann das denn kommen soll. Hat sich jemand nicht die Foren durchgelesen, sondern uns gefragt. Find ich schon Erfolg. Ich labere gerade nur Schluss. Und lenke mich selber ab, weil ich gerade hier konzentriert auch ein wenig am Bauen bin. Vorsichtig, ich bin am Bauen. Ja, nee, echt. Wollte ich wieder bauen, sagt er. Jetzt? Kleine Grube für die Hühner. Was war das denn? Ich musste irgendwie nach oben. Dann nehme ich doch den Eimer Wasser. Ja, so ein Eimer Wasser. Äh, ja. Man könnte natürlich auch einfach einen Block abbauen. Vorerst. Oh, nee. Nehme ich den Eimer Wasser. Macht mir ja Laune. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht zu tief grabe, weil irgendwo unter uns sind noch die Höhlen. Ich weiß gerade nicht, ob die auch hier drunter sind. Was ich aber weiß, wir müssten eigentlich jetzt so ziemlich tief genug sein. Ein Eimer Wasser. Wenn wir jetzt dort oben die Hühnchen schwimmen lassen. Auf der Höhe. Wenn die uns hier raus. Welche Höhe? Die Höhe? Die Höhe. Ja. Aber nicht das Wasser dort, sondern die Hühnchen schwimmen lassen. Das heißt, Wasser so auf der Höhe. Wo der Block jetzt sitzt. Nicht draufsetzen. Da hinsetzen. Dann. Dann kämen wir hier drunter die Schilder, um das Wasser zu bremsen. Und dann brauchen wir noch eine Ebene, um zu stehen. Das heißt, ich muss nochmal zwei tiefer setzen. Oder soll ich drei machen, dass wir bequem stehen können? Guck schon mal, ob ich Leitern machen kann. Stimmt, Leitern geht auch. Was ist eigentlich kostengünstiger? Leitern oder Schilder? Verdammt. Keine Ahnung. Warte mal, für Schilder brauchst du einen Stick und 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal Holz. Da müssen wir aber mehr Sticks raus. Was? Wird jetzt... Da müsste man nachrechnen. Aber... Ich würde jetzt erstmal vermuten, Leitern wären günstiger. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, dass ich überhaupt hier... Cool, ein Stock. So wenig. Wir haben kein Holz. So, da brauchen wir auf jeden Fall Leitern, um runterzukommen. Wir haben kein Holz. Moment mal. Äh... Doch, wir haben Holz. In der Grube. Kannst du die Leitern machen? Ich hab grad so ein bisschen den Aufweg verbastelt. Ach, da ist die Spinne. Also entweder du bringst mir die Werkbank nach hier unten, oder du musst eben Holz farmen gehen. Also ich geh jetzt Holz sammeln, aber ich helfe dir eben. Wenn du rauskommen möchtest. Bitte sehr. Auf einmal wird mal von hinten weggedrückt. Jetzt durchs Wasser nach oben. Kommt schon. Kommt schon. Schneller. Komm schon. Wehe, du nimmst das Wasser weg. Danke. Ich hab's dir jetzt wieder mitgenommen. Ich bastel mir jetzt erstmal ein paar Leitern, dann komm ich da nämlich hoch und runter. Genau. Und ich bastel mir jetzt ein paar Bäume. Und ich bastel mir jetzt. Ich bastel mir jetzt. Du, 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 du. Ich bastel mir jetzt. Ich bastel mir jetzt. Ich bastel mir jetzt. Ja, sonst ist unsere Hütte irgendwann weg. Dreck. 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 Dreck auf. Dreck. Nee, echt jetzt? Da ist... Da. Egal. Ich hab Kohle gefunden. Cool. Kleidet man einmal eine Wand aus, schon findest du Kohle. Cool. Na ja, Kohle ist halt immer noch Kohle. Kann man immer gut gebrauchen. Woll ich grad sagen, das wär komisch, wenn Kohle was anderes als Kohle wär. Na ja. Oder? Kommt drauf an, wie man's sieht. Steht dir vor, Kohle wär Schweinefleisch. Wäre das nicht komisch? Na ja, schwer zu essen. Hm, knusper, knusper. Glaub ich im Abgang. Cool. Äpfel. Ich würd diese Farm fast gerne jetzt erstmal in Betrieb nehmen, bevor ich hier weitermache, aber... Das geht auch nicht. Ja. Kann nicht. Wenn ich das mache, kann ich die Wände nicht auskleiden. Äh... Sind meine Stimme bei dir noch normal? Ja. Okay. Weil bei mir klingt ja gerade so, als ob Teamspeak abschmiert. Ja Leute, wir quasseln über Teamspeak. Werbung. Youtube-Money. Egal. Huch! Äh, ich glaub auf deiner Seite stimmt was nicht. Was war das denn jetzt? Bei mir leckt es nämlich auch ein wenig. Ich borte mich über die Karte. Du siehst wie ein Roboter bei mir. Na wie oft brechen die Spitzhacke noch? Wie versteckt ein Wurst? Er klingt wie ein Roboter. Oh mein Gott. Was ist das? Invasion! Ich kann nicht mehr craften. Was? Okay, was kannst du nicht mehr? Craften! Du kannst nicht mehr craften, was? Jetzt bin ich wieder ein Stock weiter unten. Ich glaub der Server hat gerade ein Problem? Ich lauf nochmal nach oben, versuchen wir es nochmal. Hab ich so viele Bäume gefällt? Nein, kann nicht sein. Ich kann nichts mehr machen. Moment mal. Ich bin da. Cool. Okay, aus technischen Gründen und weil die Zeit sowieso schon abgelaufen ist. So gut wie fast. Also noch nicht ganz. Huch, was? Hä? Was? Jetzt auf einmal. Wieso bist du jetzt da oben? Ich steh grad schon neben dir. Hilfe. Ich mach mir grad noch ne neue Spitzhacke. Okay, also ich würde mal sagen, ähm, bis zum nächsten Mal erstmal. Jo, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung. BR 2018